Hallo und herzlich willkommen zu Total Emotional, dem Podcast für Frauen. Wir sprechen über die ganz alltäglichen Gefühle, wie sie entstehen und was sie mit dir machen. Fangen wir doch gleich an. Folge 4. Die beleidigte Leberwurst und das Schweigen. Kennst du das auch? Du bist jemandem zu nahe getreten oder du hast dich nicht so verhalten wie gewünscht oder du hast dich nicht gemeldet wie erwartet und dann trifft sie dich. Die Wand des beleidigten Schweigens. Egal welche Initiative du ergreifst, egal welche emotionale Verrenkung du dir abbringst, das Schweigen bleibt. Du hast ganz offensichtlich jemandem auf die Füße oder den Schlips getreten. Vielleicht hast du das nicht einmal bewusst gemacht, um denjenigen zu verletzen. Und trotzdem wird dir dein Verhalten als Absicht ausgelegt. Es ist nicht immer ganz einfach, wirklich fair zu beurteilen, wer denn jetzt Recht hat. Im Grunde genommen ist es auch völlig egal, wer Recht hat. Diese Wand des Schweigens muss weichen. Denn diese Wand verhindert die Kommunikation. Und wer nicht miteinander spricht, der kann auch keine Fehler ausräumen. Und darunter leiden beide. Was fühlt denn jetzt derjenige, der sich beleidigt fühlt? Er fühlt Verletzung, er fühlt Ärger, ganz gewiss. Und er fühlt sich im Recht. Und wahrscheinlich hat dieser Mensch, der so reagiert, es gelernt, dass Schweigen und jemanden ignorieren ein gutes Mittel ist, um dem Gegenüber klarzumachen, du hast einen großen, schweren Fehler begangen. Du sollst möglichst lange dafür leiden. Es spielt für den Beleidigten überhaupt keine Rolle, ob der andere tatsächlich einen Fehler begangen hat. Manche Menschen nutzen das strafende Schweigen als Instrument, um von ihnen abhängige Menschen klein zu halten. Sie fühlen sich dadurch stark und im Recht. Im Grunde genommen ist dieses beleidigte Leberwurstverhalten eher eine Aktion, die in den Kindergarten gehört. Man könnte sie übersetzen mit Du hast, ohne mich zu fragen, meine gelbe Schaufel benutzt. Jetzt darfst du nicht mehr mitspielen. Wir schließen dich aus der Gruppe aus. Für ein Kind ist so ein Verhalten extrem belastend und verletzend. Wenn ich aber als Erwachsener auf so ein Verhalten treffe, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten, darauf zu reagieren als ein Kindergartenkind. Wie gehe ich als Erwachsener mit einer beleidigten Leberwurst um, die die Wand des Schweigens zwischen uns stellt? Als erstes schaue ich mir mein Verhalten an. Habe ich tatsächlich wissentlich oder unwissentlich die andere Person verletzt? Ist mir dann klar, was da abgelaufen ist, dann kann ich auf diese Person einfach zugehen, mich entschuldigen und anbieten, den Fehler wieder gut zu machen. Ist mir aber gar nicht klar, was ich falsch gemacht haben soll, gibt es jetzt zwei weitere Möglichkeiten. Die erste ist, ich versuche herauszufinden, was da schiefgelaufen ist und übernehme die Verantwortung für meine Rolle. Die zweite Möglichkeit ist, egal was ich tue, egal was ich mache, die Wand des Schweigens bleibt bestehen. Und dann gibt es nur noch eins. Wir kümmern uns einfach nicht drum. Wenn jemand schweigen will, soll er das doch tun, aber ohne unsere Anwesenheit und ohne unsere Aufmerksamkeit. Was heißt das im Klartext? Das heißt, wenn ein Familienmitglied diese Wand des Schweigens aufrecht erhalten möchte, dann lassen wir das einfach zu. Wir unsererseits ignorieren diese Wand und sprechen mit diesem Familienmitglied, als würde es völlig normal mit uns kommunizieren. Wenn wir keine Antwort bekommen auf eine Frage, geben wir uns die Antwort selbst. Das könnte sich folgendermaßen anhören. Möchtest du heute Abend mit aussuchen, was es zu essen gibt? Wenn ich keine Antwort bekomme, dann gebe ich die Antwort selbst. Okay, also es ist dir egal, dann werden die anderen entscheiden. Und dann gehen wir einfach wieder. Das heißt, wir zeigen, dass uns das Schweigen überhaupt nichts ausmacht. Und wir auch keinerlei weitere Zugeständnisse machen werden, und das schweigende Familienmitglied wird sehr schnell merken, dass das Leben weitergeht. Auch ohne ihn. Das funktioniert auch ganz wunderbar bei befreundeten Erwachsenen. Da kann man ganz offen und frei aussprechen. Weißt du, dieses beleidigte Leberwurstgehabe finde ich ziemlich albern. Wenn du mir etwas sagen möchtest, was dich belastet oder was ich falsch gemacht habe, dann bin ich ganz ohr. Wenn du aber weiterhin schweigst, werde ich mir das einfach nicht antun. Du kannst dich gerne bei mir melden, wenn du widersprechbereit bist. Durch diesen speziellen Umgang mit dieser starken, aggressiven Emotion machst du deinem Gegenüber machst du deinem Gegenüber ganz klar, dass du sein Spiel nicht mitmachst. Du übernimmst die Initiative in diesem Machtspiel, wartest also nicht drauf, dass die Wand des Schweigens endlich fällt. Und du zeigst ihm, ich bin bereit, über die Geschichte zu sprechen. Aber wenn du das nicht möchtest, dann lassen wir das einfach sein. Und zwar so lange, bis du wieder mit mir sprichst. Bis dahin werde ich die Tatsache, dass du beleidigt bist, einfach ignorieren. Denn ich kann im Moment daran ja nichts ändern. Dadurch bekommst du einen sicheren und sehr souveränen Standpunkt in dieser Geschichte, der dich stark macht. Und das fühlt sich richtig gut an.